Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein-Lyrik und willkommen in der Welt der Eternals. Ja, nicht jeder hat vielleicht so eine richtige Ahnung davon, wer die Eternals sind, obwohl sie seit tausenden von Jahren uns beschützen hier auf der Erde. Nämlich vor den bösen Deviants und ja, keiner hat es mitgekriegt. Schön, dass Marvel drüber einen Film gemacht hat, den auch nicht jeder mitgekriegt hat. Das kann vielleicht an der Pandemie begliegen haben, vielleicht auch thematisch. Es ist zum Beispiel auch hier wieder ein Problem, wir haben da Superhelden, die irgendwie gefühlt fast alles können. Angelina Jolie spielt zum Beispiel auch mit und Selma Haig und so, also auch lustre Schauspieler. Ja, diese Superhelden haben dann aber natürlich so das Problem, wo warst du denn, Superheld, als Thanos den flinken Finger hatte? Ja, das muss man dann immer erst mal klären. Ja, sie haben ja nur gegen die Deviants gekämpft und obwohl sie nach... Ah, ich will ja auch nicht spoilern. Ist egal. Film ist unterhaltsam, gibt ein paar ganz interessante Ideen da drin und ja, man hat auch so ein bisschen diesen Marvel-Humor, der dann immer mal aufflackert. Interessante Charaktere, die da so durchaus sicherlich auch wert sind, demnächst mal wiedergesehen zu werden. Deswegen von meiner Seite, ich fand den Film ganz nett. Also, nett, ich glaube, es gab deutlich bessere Marvel-Filme schon, aber ich habe ihn nicht bereut, geguckt zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Lego-Sets dazu. Die sehen wir nämlich hier. Und es gibt noch zwei weitere, zwei kleine, die habe ich jetzt hier nicht extra noch aufgebaut, die liegen irgendwo da hinten. Da haben wir nochmal Deviants dabei und was war das hier? Ich glaube, so ein Hinterhalt des Deviants, da war so einen größeren Deviant und Luftangriff der Eternals. Da ist dann so ein fliegender Deviant doch dabei. Ich habe mir die beiden großen mal jetzt rausgesucht. Eins davon habe ich gekauft. Das ist nämlich der hier, Arishem. Arishem ist sowieso so eine ganz seltsame Figur. Dass sie daraus ein Set gemacht haben, ist mir ein großes Rätsel, weil das ist jetzt kein Sympath in der Serie. Um nicht zu sagen, der ist eigentlich gar nichts. Also richtig, der schwebt da irgendwie. Man sieht auch immer nur Teile. Ja, also das ist ja keiner, mit dem Kinder jetzt spielen wollen, hätte ich jetzt gedacht. Aber gut, sie haben ihn rausgeholt und, haha, Gag. Er leuchtet sogar, wenn man das Licht jetzt ausmachen würde. Ja, den gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Man könnte auch sagen, es ist einfach, sieht aus wie ein Mac. Ja, ein bisschen anderer Mac mit anderem Gesicht. Und das andere Set, das habe ich als Rezensionsexemplar angefordert, weil da fand ich das Raumschiff mal ganz spannend. Es ist nämlich der Aufstieg des Dobo. Hier sind wir übrigens beim UVP 70 Euro bei um die 500 Teile. Hier sind wir bei 1040 Teilen für knapp 100 Euro. Im Angebot vieles deutlich günstiger. Nur dieses Raumschiff, das fand ich ziemlich cool. Das ist einfach mal, ich mag es massiv. Und hier in allen drei Ecken soll ein Eternal drinstecken. Ja, das gucken wir uns mal an. Das fand ich auf jeden Fall zumindest berichtenswert. Und dann nehmen wir eben, ja, den hier werden wir bei Marvel wahrscheinlich auch noch öfter sehen. In den Parallelwelten, da gucken wir uns den natürlich auch noch an. Abgesehen davon ist hier auch die Riege der Eternals nochmal dabei. Das heißt, das Ganze lässt uns mal einen Blick in diese gesamte Welt werfen. Und das machen wir jetzt nämlich. Wir starten mit dem Review. Und wie startet es immer? Mit dem Mauspacken. Lasst uns die Tüten öffnen. Und wir starten mit dem Celestial Arishem, nämlich mit Leuchtstein. Da sehen wir schon vier Minifiguren und mal wieder einer schönen Stilblüte. Mitten aus der Produktbeschreibung von Lego auf der Webseite. Hier heißt es nämlich, ein fantastisches Lego-Bauset bringt all die witzigen Elemente aus dem Film The Eternals, der in den Marvel Studios gedreht wurde, unter einen Hut. Die witzigen Elemente. Ich kann mich eigentlich nur an den witzigen Spruch mit dem Ikea-Tisch irgendwie erinnern. Aber na gut. Sei es wie sei. Lego scheint da noch mehr Witz entdeckt zu haben. 493 Teile. Für knapp 70 Euro finde ich nur so bedingt witzig. 14,20 Cent pro Teil. Da ist natürlich schon interessant, dass man es auch für unter 50 und im Angebot bekommt. Da wird es vielleicht dann interessanter für einige. Da kommen wir dann zum zweiten Set, was wir uns ja angucken. Da haben wir dann gleich mal sechs Minifiguren. Es sind immer noch nicht alle Eternals dann, sondern man braucht eigentlich alle vier Sets, um alle Eternals zu bekommen. In den beiden kleineren ist jeweils ein Exklusiver. Hier in dem großen sind es zwei. Das ist der Aufstieg des Domo. Domo ist die Behausung quasi, mit der die Eternals durch die Welten reisen. Also quasi ihr Raumschiff. Warum das jetzt aufsteigt? Naja, irgendwie schon, kann man sagen. 1040 Teile lässt man hier steigen für knapp 100 Euro. 9,61 Cent. Das ist ja gegenüber dem Celestial gerade eben. Fast schon ein Schnabber. Und vor allem, wenn man sieht, es sind ein paar Teile hier auch bedruckt. Werden wir gleich nochmal sehen. Auch große. Und der Straßenpreis liegt eher so bei 70 Euro. Ja, na gut, wenn ich gerade schon lobe, schöne Bedruckung. Hier sind leider auch eine Menge Aufkleber, die da die Kreise weiterziehen. Die kleineren nur bei den großen. Da haben sie es dann bedruckt. Keine Ahnung, wie was hier zusammenkommt. Abbrot zusammenkommen, wenn man es dann zusammensteckt. Ja, und den Erishim, den hat man natürlich irgendwie etwas über einer Stunde dann durch. Dann steht er vor einem. Und lässt einen vielleicht weiterhin etwas ratlos zurück. Ich sagte ja auch schon im Vorgespräch. Ja, der ist irgendwie seltsam. Aber wenden wir uns doch erstmal auch den Minifiguren. Das hier ist nämlich Icarus. Icarus also quasi. Ja, wenn dann irgendwie Superhelden sich schon Namen geben von irgendeiner Sagengestalt, die nicht so gut endet, dann weiß man auch. Na egal, wir wollen ja nicht spoilern. Er ist auf jeden Fall der Superman, im Phasen des Wortes unter der Truppe. Der hat da sehr viele Anwandungen in diese Richtung. Dann haben wir hier Ajak. Sie ist die spirituelle Führerin der Gruppe. Ich will nicht spoilern. Also vielleicht hat ja doch noch jemand Lust, die Filme zu sehen. Dann will ich über sie jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Außer, dass sie von Selma Haig gespielt wird. Und dass sie exklusiv in diesem Set ist. Genauso wie Kingo. Das ist der hier. Das ist der Bollywood-Star unter den Eternals. Das macht das Ganze eigentlich auch ganz lustig. Er hat dann da immer noch so einen, der mitfilmt. Ah, ja. Also, ihn fand ich irgendwie ganz witzig. Tatsächlich. So als er versucht da so ein bisschen dann auch seinen Star. Also er ist irgendwie auch wirklich ein Star wohl in Indien. Er kann aber auch ganz gut mit irgendwie so Feuerbällen umgehen. Nicht mehr exklusiv. Das werden wir gleich sehen. Also, die sehen wir gleich nochmal. Ist schließlich noch sie hier. Sie ist nämlich Cersei. Und Cersei ist, glaube ich, so die Hauptdarstellerin, kann man glaube ich sagen, des Films. Sie kommt nämlich gleich von Anfang an drin vor. Und, ja, entwickelt sich dann auch zu einer sehr essentiellen Rolle in dem Ganzen. Ja, essentiell ist der hier nicht. Das ist ein Devian oder Devian. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und die sind die natürlichen Feinde der Eternals. Laut der Geschichte am Anfang sind die Eternals auch nur hier auf der Erde, um genau die zu bekämpfen. Eigentlich sind das so Höllenhunde. Aber die haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Da gibt es Gründe für. Und da gibt es zum Beispiel dann auch so Fliegende inzwischen. Und da haben sie einen hier in das Set gepackt. So Fledermaus-mäßig. Man sieht hier, ja, viele Sachen, die abfallen können. Aber erst mal so hält es. Und, ja, deswegen holt man sich das Set nicht, sondern wegen ihm hier. Ein Celestial, nämlich der gute Erishim. Ja, im Film sieht man ihn öfter. Er ist sozusagen die graue Eminenz im Hintergrund, der von Ferne alles irgendwie steuert. Aber man sieht eben auch immer nur so Teile von ihm, weil er so im Nichts rumschwingt und schwirrt und dann eben so irgendwie redet. Und deswegen ist das, sagte ich am Anfang auch schon, irgendwie so eine Figur, die ich jetzt nicht so per se als Spielobjekt, selbst für Leute, die den Film gesehen haben, also Kinder, Jugendliche, Kinder können es ja noch gar nicht sein, Jugendliche, dass die dann sagen, den will ich haben. Also der ist weder sympathisch noch irgendwie der gute, toller Böser oder so. Ja, irgendwie so nix, aber naja. Er kann übrigens die Minifigur auch, eine Minifigur in die Hand nehmen. Da drunter ist so eine Platte, da kann man die Minifigur reinstellen. Er redet ja auch immer mit einer Figur von den Eternals, um denen so ein bisschen mal zu sagen, was zur Sache ist. Und, ja, das kann man hier so ein bisschen nachstellen, als wenn die dann in der Hand sitzen. Ja, das kann man machen, muss man natürlich nicht. Ich glaube, im Film schweben die da eher so drüber. Das ist ja eher so spirituell. Hier sehen wir die Leuchte, die er da am Bauch hat. Ansonsten, ja, dieser Kopf, den haben sie ganz gut getroffen, diese komischen ganz vielen Augen, die er da hat. Ansonsten ist, finde ich, eher so ein bisschen Hampelbahn-mäßig hier. Also dieses Riesige, finde ich, kommt bei ihm jetzt hier als Modell nicht so rüber. Auch diese Füße. Ja, das ist, wie gesagt, man sieht ja auch nicht viel von ihm da eigentlich. Das ist irgendwie, ja, man versucht dann, dass er dann steht, aber dann immer die dunkle Schwarz als Abstütze, damit diese transparenten Füße dann da, diese Platten da sind. Also das sieht irgendwie ganz seltsam aus. Also der gefällt mir nicht. Das ist der Oberteil mit dem Kopf, okay. Ich finde, die ist lila auch, diese ganzen lila Elemente da. Dieser Lichteffekt ist okay, aber den hättest du jetzt, finde ich, auch nicht gebraucht. Der ist jetzt nicht irgendwie spannend, dass dir das ganze Modell erleuchtet oder so. Das ist einfach so ein kleiner Punkt da vorne, werden wir gleich sehen im Dunkeln. Das war es dann. Ja, und dann ist er auch so spittelig, finde ich, so dürr. Was auch, finde ich, bei dem Original im Film nicht so wirkt. Also deswegen, das ist so ein Set, da würde ich jetzt, fällt mir niemand richtig ein, weshalb man den haben will. Außer man will eben diese zwei Minifiguren, die es nur hier drin gibt von den Eternals haben. Aber dafür ist das natürlich ein Schweinevieh Geld. Hier sehen wir nochmal, ich habe jetzt mal ein bisschen abgedunkelt. Das ist dann so ein bisschen leuchtender. Das kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber. Also tatsächlich, dieses Element, was da sitzt, das ist dann schon ein bisschen größer. Das ist jetzt nicht genau so ein Punkt, aber das ist jenseits von irgendwie spektakulär. Wenigstens diese Augen da oben vom Kopf da was zeigen würden. Nee, haben sie nicht. Ja, da sieht man, wie er da eigentlich so in der Luft hängt. Der steht ja auch nicht, was bei einem Lego-Modell natürlich blöd ist. Deswegen ja diese komischen schwarzen Riesenabstützen da unten. Dann hätte man die wenigstens transparent machen sollen. Ich weiß es nicht. Oder es einfach lassen. Also das ist so ein Modell und so ein Set. Da habe ich wenig bis gar keinen Spaß dran. Bauen war nett. Also das nehmen wir mal so hin. Und die Minifiguren sind auch okay. Aber der Rest ist so ein etwas, was man einfach nicht haben braucht. Und es sei denn, man braucht sie, will sie irgendwie alle haben. Das sind die beiden kleinen Sets, von denen ich jetzt nur erzählt habe. Wie gesagt, da hat man dann zum Beispiel Sprite. Die gibt es dann eben auch nur bei einem dieser Sets. Die haben wir jetzt hier nicht. So, kommen wir zu dem, wie ich finde, deutlich spannenderen Modell. Nämlich der Aufstieg des Domo. Ja, und das Domo ist, wie gesagt, diese Heimat. Das ist dieses dreieckige Raumschiff da links. Und, ach guck, hier, den haben wir doch schon mal gehabt. Ist das, ach, ein Zwillingsbruder. Icarus hat, ja, genau die gleiche Figur da drin. Da ist nicht mal ein anderer Kopf. Also, war ja schade, dass man da nicht zumindest noch eine Varianz mit dem Kopf hätte. Nö, man hat die Figur dann einfach doppelt. Wenn man sich beide Sets kauft. Und das gilt eben auch hier für sie, für Cersei. Also, das ist genau die gleiche. Wir sehen gleich, wenn ich, ne, da sind es auch die gleichen Gesichter. Also, dann links den Kopf ein bisschen anders. Ein bisschen anderen Gesichtsausdruck. Aber, nee, ist nicht. Gut. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere. Und dazu gehört Fastos. Der ist wiederum nur in diesem Set hier. Und das ist der Entwickler. Der Nerd. Der, der, also quasi, wenn er bei Bond wäre, wäre er Q. Ja, das ist seine Rolle. Aber nicht ganz so nerdig vielleicht. Der kann auch kämpfen. Dann haben wir hier Dreek. Das ist der zweite Exklusive. Der nur hier drin steckt. Ja, der bringt auch Kinderaugen zum Leuchten. Nicht nur, sondern auch Erwachsenen-Augen. Und dann weiß man, ja, ich muss mir das nächste Lego-Set kaufen. Also, der hat so telepathische Fähigkeiten, jemanden ein wenig zu überzeugen von seiner Arbeit. Und dann haben wir Makary hier. Aber Makary, die ist fix auf den Beinen. Ja, aber sagt nicht viel. Und, ja, die haben wir auch noch bei einem der anderen Sets. Ist okay. Also, ich finde die Minifiguren wirklich, also, man erkennt sie so ein bisschen, wenn man den Film gesehen hat. Und das gilt auch für sie hier. Athena, gespielt von Angelina Jolie. Die, ja, eben so mal ihre eigenen Momente hat. Und deswegen finde ich ganz gut, dass wir hier das Gesicht auch dem angepasst haben. Auf der Rückseite sah man es gerade eben. Also, wo sie so dieses Besessen hat. Das kommt in dem Film ja auch schon relativ früh drin vor. Ansonsten, ja, Minifiguren okay. Aber sie sind zum Beispiel an der Seite nicht bedruckt. Es ist eher so Standardware. Es ist nicht so ganz exklusiv, wie man es teilweise ja bei den Minifiguren-Serien hat, die man sammeln darf. Da muss man ja auch mehr Geld dafür ausgeben. Aber, ja, wie gesagt, sie sind völlig okay. Und dann haben wir noch einen Devian wieder. Ein Devian. Das ist, ja, auch da wieder. Ist okay. Also, man hat so dieses viele Kleinteile, die da abfallen können. Aber dann auch so ein bisschen was Bedrohliches haben, wie so ein Höllenhund. Aber dann ist das wieder so eckig da. Ja, Lego ist eckig. Was soll man da machen? Aber da haben sie auch schon Lebewesen anders hingekriegt als so ganz eckig. Da vorne geht es ja noch. Aber schon dieser rechte Winkel, der da ist. Und das ist hinten, finde ich, bei den Hinterläufen ganz extrem. Das werden wir gleich noch mal sehen. Abgesehen davon hier überall Aufkleber, was wir da sehen. Aber diese Hinterläufe da mit diesem Technik-Winkelelement, das sieht irgendwie, das sieht so undynamisch aus. Also, das gefällt mir nicht. Das ist so, boah, nee. Also, da, finde ich, hat man sowas schon besser hingekriegt. Dann haben wir hier den Anführer, der Deviants. Ich wusste gar nicht, dass der einen eigenen Namen hat. Der heißt nämlich Kro. Und da hat mein Sohn schon beim Spielen leider einen von seinen Fingerchen hier verloren. Deswegen muss ich das da einmal ranhalten. Da kommt so einer eigentlich bei diesem kleinen Nöpsel, der da rauskommt, dran. Ja, man möge mir das verzeihen. Den haben wir irgendwie nicht wiedergefunden. Weil das ist auch das Problem an den Teilen. Da fällt ständig was ab. Also, diese kleinen Teile, die da dran sind, die so beim Eimer gucken ganz nett aussehen und dem Ganzen irgendwie so einen eigenen Look verteilen, ist beim Spielen ganz schnell ab. Gerade die da auch an den Oberschenkeln und so, die fallen sofort wieder ab, wenn man damit spielt. Und das soll ja bei solchen Spielen, Spielzeug ab 8 plus, ja, durchaus vorkommen. Ein Kopf hier immerhin, so ein kompletter. Da könnte man ja fast von einer Minifigur dann hier reden, der da drauf sitzt. Aber auch der ist, finde ich, nimmt eine ganze Menge von seiner Gruseligkeit, die er in dem Film hat, wo er ja immer ein bisschen mehr sich aufrüstet. Das hat man jetzt hier nicht. Auch nicht dieses Aufrüsten. Der ist einfach so, wie er ist. Da hätte ich mir bei Lego ein bisschen was vorstellen können, wie man den vielleicht umgestaltet vom Liegenden zum Stehenden, was weiß ich. Also vergessen wir den ganzen Kram. Wir können gerade eben widmen wir uns dem, was ich finde wirklich schön gelöst wurde. Nämlich das Domo, beziehungsweise dieses Raumschiff. Man merkt es vielleicht auch schon, wie ich es auch in der Hand halte. Das ist wunderschön kompakt. Also das kann man einfach so anfassen, da fällt nichts ab. Vielleicht mal hier vorne, weil das nur so an zwei Noppen hängt. Aber das kann man dann sofort wieder draufdrücken. Also das ist richtig schön massiv. Hat so ein paar Lücken. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir hier Scharniere haben. Die werden wir gleich sehen. Ganz interessant, dass diese Spitzen über Türen gelöst sind. Die fand ich witzig. Also wenn man es weiß, sieht man natürlich diese Türgriffe da. Und dann sieht man auch nur noch die Türen. Aber ich finde es cool gemacht. An den Seiten hier, diese ganzen Muster, das sind Aufkleber. Auch oben, die kleinen Rundungen, das sind Aufkleber. Die großen, das sahen wir ja vorhin beim Auspacken, das ist bedruckt. Also das finde ich ganz okay. Und auch ansonsten dieses Muster, was wir hier oben haben, das ist auch beim Original. Also sprich in dem Film zu sehen. Ja, mit diesen Shootern, da hat man ja ein bisschen Spielfunktion da noch reingepackt, die glaube ich so jetzt da nicht angebracht war. Aber das muss beim 8 Plus Set wahrscheinlich sein. Im Zweifel lässt man sie sonst einfach weg, wenn einem das nicht gefällt. Also die schießen da so zwei ab. Das zeige ich jetzt einmal nicht, bevor ich da die Dinger eh nie wieder finde bei mir im Studio. So und jetzt gucken wir noch mal rein, weil drinnen ist auch eine Menge los. Da wird so ein Imperial Light Cruiser richtig blass vor Neid oder grau. Hier zum Beispiel, da ist allerdings mit dieser Schlauch, dieser geriffelte Schlauch, den da so anzubringen, das war ein bisschen frimmelig, den da dann auch durch diese Ösen da zu ziehen. Es hält dann, aber das ist sowas, was beim Spielen ganz schnell wieder abgeht, weil das da jeweils nur so an den jeweiligen einzelnen Pins hängt. Dann haben wir hier eine Miniaturversion von dem Erishim, den wir ja vorhin groß gesehen haben, mit auch der Minifigur in der Hand. Passt jetzt größenmäßig gar nicht, aber sie haben es hier zumindest versucht so ein bisschen umzusetzen. Da gibt es dann so verschiedene kleine Schreine da, die wir haben und wir können vor allem den Rest auch noch aufmachen. Also hier können wir dann die runden Elemente hochklappen und vor allem diese Seiten so richtig rausfalten. Und da sind Waffen, die wir zum Beispiel dann, insbesondere Athena, immer wieder auch im Film dann gesehen haben. Hier, da kommt noch so ein kleines Nebengefährt hin, das sehen wir gleich noch. Und dann haben wir hier so eine Faust, hat so ein bisschen was von Thanos sich seine. Ich glaube, das war aber hier was anderes. Ein bisschen blöd, dass da jetzt diese blaue, da dieses blaue Scharnier da oben ist, das fast nicht so richtig. Der Rest ist farblich echt ganz schön abgestimmt. Dieses hellgrüne und dunkelgrüne, diese Bodenelemente wie der Aufkleber, diese Runden. Ja, dass da jetzt so knalliges Gelb wiederum als Stuhl ist, kann ich mich auch nicht so dran erinnern. Das ist so, sie schreiben glaube ich was von Waffenkammer, es ist aber glaube ich auch die Spielkammer. Also da haben wir zwar einen Kuhfuß und auch so einen Metalldetektor, da hängt aber auch so ein Playstation-Controller und ein paar Mikros. Also wenn mal wieder mal ein Karaoke spielen will. Und hier vorne, da können wir nämlich auch noch öffnen. Und man merkt schon, da klappert nichts, das hält alles wunderbar. Und da haben wir jetzt nämlich noch das, hier sozusagen das Cockpit. Und auch hier großteils mit Aufklebern gelöst. Dieses grüne meine ich, das war bedruckt, wenn ich mich jetzt recht noch entsinne. Aber ja, also man sah es ja am Anfang auch, da sind schon einige Aufkleber auch bei diesen Seitenteilen, die da sind. Aber es ist eben überall was los. Das finde ich wirklich bei diesem Modell sehr schön und man kann es eben dadurch auch ganz gut bespielen. Also die Szenen aus dem Film und da ist ja im Domo auch immer mal was, was da geschieht. Man kriegt Aufträge, man streitet sich, da wird dann was an der Decke auch entwickelt, was ja von dem Fastos da gemacht wird. Das alles kann man hier eigentlich ganz gut machen. Und wir haben eine Kaffeemaschine. Das sagen wir da auch. Also auch sehr irdisches passiert also hier drauf. Ich wollte ja schon sagen, ein Nespresso, aber George Clooney ist ja bei dem Film gar nicht dabei. So, einfach zuklappen, schön und es sitzt einfach cool. Ja, natürlich, dadurch gibt es hier auch ein paar Lücken, da in der Ecke zum Beispiel oder so. Aber ansonsten ist das einfach auch zum Spielen, glaube ich, eine coole Geschichte, weil das einfach so cool sich durch die Gegend bewegen lässt. Aber eigentlich auch nur für jemanden, der den Film kennt. Ansonsten macht das Ding irgendwie auch wenig Sinn. Ich sage ja, Sie haben noch so ein Beiboot hier, so ein kleines Gefährt. Und das kann man tatsächlich da sehr schön in diese Aussparung reinsetzen. Zack, siehste. Und dann klappert es zwar leicht, aber fällt nicht raus. Da kann ich trotzdem ein Wheelie machen oder einen Überschlag und das bleibt da eigentlich ganz gut, versucht sich da zumindest einigermaßen festzuklemmen. Jo, können wir wieder zumachen und jo, das war's. Also mehr kommt da allerdings jetzt auch nicht. Wir können nochmal einen Blick in die Anleitung werfen und da sehen wir, dass wir erstmal mit den Deviants da anfangen, mit dem ganzen Gerüdel drumherum. Und da haben wir auch noch, das sehen wir, so eine ganze Menge an zusätzlichen Teilen, die so bei den Avengers ja auch immer mal auftauchen, bei Superman oder sowas. Also diese Orangenen, wo man dann so Feuer simuliert, dass da abgeschossen wird oder was man aus der Hand abwerfen kann. Also da haben wir so ein ganzes Tütchen mit. Da können wir denen dann einfach wahllos so in die Hand drücken, wenn wir denn wollen. Das ist dann dem Spiel als solches geschuldet. Ansonsten das Raumschiff, klar, von unten nach oben, von außen nach innen. Das macht ja auch irgendwie Sinn, von innen nach außen. So, das macht Sinn, das andere nicht so richtig. Jo, also Bauzeit waren so zweieinhalb Stunden vielleicht, wenn überhaupt, vielleicht auch nur so zwei. Hier sehen wir nochmal eine Szene, die dann danach gestellt wurde. Und damit kommen wir dann auch zum Fazit. Und man hat es vielleicht ja gerade eben schon gesehen oder gehört, den Arishim, würde ich jetzt sagen, einfach mal links liegen lassen. Selbst im Angebot macht das Ding, finde ich, wenig Sinn. Es sei denn, man findet das so irgendwie für sich irgendwie nett. Also man sieht ja, was man kriegt. Also vielleicht die Minifiguren, deswegen könnte man auf die Idee kommen. Aber dafür ist es einfach wahnsinnig viel zu teuer. Und der Aufstieg des Domo, da findet das Raumschiff nett. Für 100 Euro ist auch nichts. Also das ist auch viel zu viel Geld dafür. Und ich hätte diese Deviants dabei. Na gut, zum Spielen ist es natürlich gut. Man hat die Gegner, aber die haben mit dem Domo eigentlich nicht so richtig viel zu tun. Also die kann man da höchstens seine Minifiguren absetzen. Na ja, dann können sie ja auch beschießen, was natürlich im Film nicht so richtig passiert. Aber ja, okay. Trotzdem, im Angebot finde ich, das ist gerade durch das Raumschiff auch durchaus, da kann man durchaus dann auch zuschlagen. Selbiges habe ich, wie gesagt, als Rezensionsexemplar bekommen. Den Arishim nicht. Den hätte ich mir dann eigentlich auch versparen können. Aber so konnte ich ihn zumindest zeigen. Was sagt ihr dazu? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis bald und tschüss.